Musik Herzlich Willkommen! Ich befinde mich auf der wunderschönen Insel Juist. Es ist Winter und ich trage einen Bademantel. Liebes Hotel Achtetik, es tut mir sehr leid. Ich habe diesen Bademantel heute zweckentfremdet, denn ich habe eine Mission. Es war so leichtsinnig und habe auf Facebook gesagt, wenn ich 600 Likes bekomme, gehe ich in das tobende Meer. Es ist heute wirklich der windigste Tag der ganzen Woche, in der ich mir diese Aufgabe stelle. Denn ich denke mir, ein bisschen Adventure muss es ja auch sein. Nicht nur die Kälte, sondern auch der Wind. Es ist schon blau. Ich zoome mal ran. Tschüss! Tschüss! Oh Gott, das hat mich total anliegen. Ich muss gar nicht mehr sehen. Ich habe das. Ah! 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 Ich habe ein schönes Ausdecke. Oder nicht.